Hallo, liebe Interneter und willkommen zurück bei Fallout 3. Da hinten ist der Leuchter. Den sollten wir zuerst ausschalten, irgendwie. Nice! Da draußen ist was, ist gut, da ist alles voll. Ach du Kacke! Und wir sind natürlich wieder mega am rumlooten, was das Ziel nachreden. Kritischer Angriff. Nice! Was? Der geht erstmal baden, da können wir ihn in Ruhe ausschalten. Ah, die kriegen uns von hier nicht. Sehr geil. Machen wir überhaupt Damage? Minimal. Minimal. Gut, dann schalten wir erstmal alle andere aus. Ah, die regenerieren sich hier in der Strahlung. Das ist ja mies. Naja, wenigstens können wir den Erfahrungspunkte abklatschen ohne Ende. Haben wir. Und ein bisschen Zielen üben. Sehr geil. So. Noch irgendwo einer da unten. Da. Sag mal, du triffst ja gar nichts, Alter. Stream läuft so laladur, Boss. Also die großen Twitch-Zeiten sind irgendwie vorbei. Da hinten haben wir noch einen. Coole Jungs übrigens. Hau ich euch mal ins Video rein, in die Infobox unten. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Welche Schuhe? Seit wann haben coole Schuhe an? Da hinten ist ja noch einer. Nice. Ah, Mist. Der kommt rum. Ah, dafür haben wir die zwei Minen gelegt. So, jetzt müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir den da unten ausschalten. Den kriegen wir nämlich nicht down, oder? Der regeneriert zu schnell. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er und ist mega angefressen. Oder? Nee, der kommt nicht weiter. Der hängt da unten fest, irgendwie. Mist. Hör doch mal stehen, du Lampe. Strahlemann, wo bist du? So, da kommen die Ghoulen. Da sollten jetzt die ersten versuchen, raufzukommen. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Schnell eine andere Waffe. Also greift er mir nie an, ist da doof. So, den haben wir. Mist, ich wollte gar nicht runterfallen. Äh, alles geplant natürlich, alles geplant. Scheiße. Ich, ich glaube, die sind weg. Nee, der eine lebt noch und der ist da unten. Und für den nehmen wir jetzt die Flinte. Flinti genannt, liebevoll. Wo ist denn der? Da, vor uns. Hi. Nein, nicht runterfallen. Hilfe. Komm, 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 komm. Servus. 25% nur, dann machen wir das. Bisschen einfacher. Jetzt ist die Frage, wo ist der strahlende Ghoul. Da hinten. Und wie können wir den am besten ausschalten, ohne dass der uns kriegt? Der ist nämlich echt gefährlich. Am besten so, oder? Bleibt da. Bleibt da. Fuck. Mist. Es wird doch irgendeine... Ah, alles klar. Wir können ihn einfrieren. Oh, shit. Warum warnst du mich denn nicht, Piper? Holy moly. Danke, Duo Boss. Schönen Abend euch. Danke fürs Reinschauen. Witzige Jungs, die beiden. Haben es ein bisschen im Schüssel. Aber das ist eigentlich ganz cool. So. Kriegen wir den. Ich würde ihn gerne einfrieren. Mist. Wenn man den auch mal irgendwann trifft. Bleibt doch jetzt mal stehen, Mann. Jeder Ghoul. Da kommt er. Komm, 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 komm. Der hat es mir angetan jetzt. Es bringt zwar gar nichts, ihn umzumuten. Aber trotzdem nervt er mich so derbe, weil er mich von umgebracht hat. Und ich hänge jetzt hier fest, oder was? Nein. Ich komm nicht mehr vorder zurück. Fuck. Piper, hilf mir. Zieh mich raus. Hallo. Super. Können wir nochmal neu laden. Ah, das ist doch kacke. Echt. Wer designt denn solche Welten? So, dankeschön. Wie kriegen wir diesen Ghoul platt? Der macht mir echt kopfzerbrechend. Vor allem, je näher wir da rankommen, umso mehr Strahlung nehmen wir natürlich auf. Fuck. Hm. Wie machen wir das? Mit dem Jagdgewehr vielleicht? Und dann von der Seite. Noch weiter rüber. Ja, ja. Woll nicht. So. Das macht alles kaum Damage. Wie er rennt. Geil. Der sucht sich auch Deckung. Das gibt's doch nicht. Ach, scheiß doch drauf. Echt. Brüder, Dreckskuhl. Ich weiß genau, dass wir jetzt irgendwo hingehen, da uns hinterher rein und wir sind down. Mann. Ärgerlich. Naja, man kann nicht immer gewinnen, ne? Lasst euch das gesagt sein, liebe Kinder. Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Und darin tafft uns zu. Piper, bist du verrückt? Scheiße. Genau das wollte ich nicht. Alter, fuck. Geh jetzt sterben. Fuck you. Lauf doch. Lauf doch. Lauf doch. Kriegen wir denn irgendwie die Beine kaputt geschossen? Nein. Wie mühsam. Okay, der Leuchter ist noch ein bisschen zu stark für uns, so wie es aussieht. Versuch, mach klug. Scheiße. Blöder Leuchter. Gut, dann lassen wir ihn jetzt mal links liegen, einfach. Gefährliche Gedanken. Klingt ein bisschen wie aus der Bibel. Liebe Kinder, ihr kriegt Haare an den Händen und werdet blind. Bitte nicht masturbieren. So ein Scheiß. Echt. Blöder Ghoul. Da denkt man, man kann die besiegen und dann sowas. Oh, sieben Erfahrungspunkte, wofür auch immer. Nehme ich mit. Danke. Nehme ich mit. Green Tech Genetics. Alles klar. Wird das hier sein, ne? Ja, nehm ich mal an. Oder das hier vor uns. Mr. Handy. Geil, was man hier nicht alles findet. Ein Murloc. Na, komm her, kleiner Mölle. Du darfst auch sterben. Wo ist denn dein Kopf? Da. Wie kann man nur so daneben schießen? Mann. Das gehört jetzt uns. Ja, das gehört jetzt uns. So, das waren doch noch gerade irgendwelche roten Punkte. Oh, shit. Servus. Arschlächer. Ah, vorn. Wie er sich versteckt, in der Hoffnung, dass wir ihn nicht sehen. Selbiges Bild für den da. Okay, den sehen wir aber wirklich nicht. Nur wenn man hinter der Hecke sich versteckt. Damit man mal den VATS noch bisschen, ne? Na, komm her. Dann machen wir dich so kalt. Wo bist du denn? Hä? Bin ich blöd? Wo ist sie? Ich stehe gerade gar nichts. Alter. Fuck. Hahaha. Nice. Uhr für Munition verballert. Oh, shit. Für nix und wieder nix. Wie die Leiche gerade weggeflogen ist, forget. So, da haben wir noch einen. Ah, das ist ein Siedler. Nee. Den müssen wir befreien. Der sieht ja aus wie Trevor. Ach, Gott. Haben wir? Ich würde gerne den Siedler befreien. Blöde Fotze. Oh, was? Wie hat das gesagt? Puh. Entschuldigung. Man darf nicht fluchen. Nein, nein. Oh, komm her. Triffst du bitte. Triffst du bitte. Triffst du bitte. Ein Schuss getroffen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich hab die Schlotze voll. Mann, geht doch. Zu schlecht für diese Welt. Wirklich. Wie sein Bein noch gezuckt hat. Munitionskiste. Yay. Wo, wo kam das denn her? Wo kam das denn her? Ist das einfach so abgefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. So, da hinten lag irgendwo ein Siedler, den können wir befreien. Der kommt dann wahrscheinlich zu uns. Irgendwer snipert uns hier. Irgendwer snipert uns hier. Aber ganz böse. von wo? Von wo? Von wo? Da haben wir ihn ja. Wie immer der auch da raufgekommen ist. Finde ich ja mal sehr interessant. Aber das können wir auch, Sportsfreund. Komm, zeig dich. Nice. Ah, Piper. Mach mich nicht fertig, Piper. Mach mich nicht fertig. Super. Gut. Da haben wir ihn mal aufgeräumt. So wie sie es gehört. Und dann befreien wir mal unseren Kumpel, den Siedler. Servus. Hallo. Was machst du hier? Sie haben mich erwischt, als ich Wache geschoben habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich bald töten werden. Bitte, du musst mir helfen. Na klar. Keine Sorge. Ich hole dich hier raus. Oh mein Gott. Danke. Verschwinden wir. Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. So. Gehst du jetzt zu unserer Siedlung? Oder what? Kann wir hier rein in den Tower? Nee, leider nicht. Wäre aber geil. Warum rennen wir uns jetzt... Der rennt uns nicht hinterher, oder? Der rennt uns hinterher. Wie ist der da aufgekommen? Das würde mich mal voll interessieren. Oh, hallo. Guten Tag. Sehr schön. Siedler, müssen wir dich jetzt echt irgendwo hinbringen? Ein einfaches Leben ist das nicht. Warum müssen wir den jetzt bis nach Hause eskortieren? Nee, oder? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Mühleimer, Mühleimer. So, wir gucken uns noch ein bisschen um. Alles ist gut. Solange wir den Siedler jetzt nicht nach Hause bringen müssen, ist alles gut. Ups. Super. Siedler, wo bist du? Okay. Da ist Piper. Und da ist der Siedler. Siedler, geh bitte nach Hause. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Und du hörst auf, wir haben... Scheiße, da war noch eine Munitionskiste. Mann, Siedler, du Dummkopf. Der macht mich fettig. Aber doch keine. Glück gehabt, Siedler. So, wir werden jetzt hier rüber. In der Hoffnung, dass wir dann zu unserem Missionsstil kommen. Aber ganz koscher ist mir das da vorne nicht. Siehst du? Ich habe da so meine Gründe. Scheiße! Wie doof er ist. Nein! Warum bewegt er sich? Jetzt hört doch auf. Hallo? Hallo? Bleib doch mal stehen. Jetzt heißt es warten. Los, komm. Den haben wir. Geil. Also an deren Stelle würde ich nicht in die Tür gehen. Nein, die stehen jetzt auf der linken Seite da hinten. Vielleicht kriegen wir die von hier ein bisschen... ...bessere Sicht. Scheiße! Genau in dem Moment geht er natürlich weg. Nice. Genau so macht man sowas. Oh, einer liegt noch. Komm, verstecken gib mich. Können wir da durchschießen? Das wäre geil. Mist. Den haben wir. Ähm, Piper? Das bist du denn. Von wo? Oh, von da oben. Geil. Schade, dass wir dich nicht erwischt haben. Machen wir es so? Ich weiß. Kümmer du dich mal um die unten. Ich hole mir den anderen. Wo immer der auch gerade jetzt ist. Da. Genau in der Mitte sitzt er. Fuck! Nice. Der ist runtergefallen. Oh, egal. Schön gemacht, oder? Kann ich etwas für dich tragen? So, irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist da noch einer. Die haben sich aber super hier... ...versteckt, alle. Das muss man denen lassen. Also super eingebaut auch. Dafür, dass wir eigentlich nur zum Missionsziel wollten... ...machen wir hier schon wieder so viel Blödsinn. Und das macht so viel Spaß einfach. So, wie sind die da raufgekommen? Das würde mich mal interessieren. Du bist da runtergefallen? Genau. Aber voll. Weil man eigentlich nicht weiß, wo du bist. Und wie du da raufgekommen bist. Ich will da auch rauf. Vielleicht da durch. Gehen wir doch mal rein. Oh, das sieht das... ...aus hier... Ich habe es gehört. Wer ist da? Niemand. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Hm? Scheiße, da kommt sie. Ganz vorsichtig. Ganz vorn. Pfeifer, verpiss dich. Ihr habt... Scheiße, was war das? Nix. Der Tod klopft an die Tür. Krieg dich mal wieder in den Griff. Ja. Pfeifer, 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 pfeifer. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Hey. Hey. Geil. Wir müssen echt mehr auf Schleichen gehen. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Wer? Damit uns die Typen nicht mehr hören. Und ich weiß nicht genau, wo sie sind. In welcher Etage. Ob hier schon? Die ganze Aufregung wegen... Was? Bringen wir es hinter uns, okay? Wir müssen einfach nicht von Schluss ist, oder? Ich werde dich finden. Ich werde dich auch finden. Oh, shit. Wir brauchen unbedingt ein Stimpack. Hi. Wollen wir Freunde sein? Wollen wir bitte... Freunde sein? Dann nicht. Wenn du nicht willst. Ich hab's dir vorgeschlagen. Keiner will mein Freund sein. So. Ach, einer müsste noch da oben sein. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Ah, danke für den Hinweis. Blöde Kuh. Super nett von dir. Und jetzt holen wir dich. Und dann kannst du deinen Freunden Hallo sagen. In der Hölle. Oh, shit. Wir sind nicht allein, bloß. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Komm her. Los, komm jetzt. Jetzt hab ich ja die Schnauze voll. Stirbst du jetzt bitte, bevor ich es tue? Boah. War das knapp? Guckt euch mal die TP an. Fuck. Ah, fuck. Hier wäre auch ein Schlafzapk gewesen. Dann pennen wir doch lieber noch eine Stunde. Safety Heights halber. Und machen wir einmal Licht an. Ist das hier ein bisschen zu dunkel? Jet. Sehr schön. So. Hui. Und ich hoffe, wir sind jetzt oben. Ich hoffe, wir sind jetzt oben. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich da oben will, aber ich wollte es mir mal anschauen. Jawohl. Hi, Piper. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Noch weit darauf. Einfach, weil wir es können. Ich will einfach nur die Aussicht genießen. Und finde das so geil gerade, dass man einfach da ins Haus gehen kann. Servus. Legendärer Raider. Ist mir, glaube ich, noch nie untergekommen. Dann warten wir mal kurz, dass ich die AP wieder auffülle. So. Und greife ihn nochmal an. Der ist mutiert. Wie kann der denn mutieren, bitte? Das ist mir scheißegal, ob du mutierst oder nicht. Jetzt ist dein Kopf brei. Ach, vielleicht hat er geile Sachen dabei gehabt. Das zum Beispiel. Sehr schön. Danke. Jagdgewehr. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Alter, geil. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Das hat sich ja mal voll ausgezahlt, hier rauf zu latschen. Auch wenn das jetzt eine Folge gedauert hat. Und ein Save haben wir auch noch. Mist. Ah, so rum. So wird ein Schuh draus. Ja. Dankeschön. Voll geil. Richtig nice. Das hat sich ausgezahlt. Aber voll. Wenn wir die jetzt noch ein bisschen ummodifizieren, wird das eine echt geile Waffe. So, hier geht's runter. Zack. Super. Was ist denn das da oben schon wieder? Ach, keine Ahnung. Alles gefährlich hier. Egal, wo man hintritt. Die Innenstadt ist echt mies. Aber auch extrem witzig. Dankeschön. Was ist das hier? Ein Spielplatz? Oh, fuck. Alter, wie stark sind unsere 10 Millimeter bitte? Ohne Probleme, das Vieh weggeratzt. Redex, danke. Nice. Läuft, würde ich sagen. Super Mutant. Den haben wir. Der andere ist ja ziemliche Pussy und versteckt sich da hinten irgendwo. Aber nicht mit uns. Ich weiß. Danke. Danke. So, mehr will ich gar nicht davon sehen. Alles gut. Wir schaffen es jetzt noch zum Missionsziel. Was? Pfui. Alter, wie viele sind denn da oben? Jetzt weg. Schade. Wow. Ach komm, die nächste Gruppe. Yes. Auf Wiedersehen. Mist. Ah, das war ein Dummy. Ah, das war ein Dummy. Was hier abgeht, das ist doch echt nicht mehr heilig. Die Innenstadt ist böse. Ich würde niemandem empfehlen, da rumzurennen. Ich würde gerne was. Nice. Haben wir das jetzt mitgenommen da drinnen? So, was ist mit dir? Du bist bestimmt... Ah, pfui. Leute, muss auch nicht sein, oder? Das können wir alles noch erkunden hier. Irgendwann mal. Ist die Frage, ob ich das online oder offline mach? Oh, shit. Was das? Ich das. Super Mutantenfreund. Ich da sein. Ich reiße dir Arsch auf. Habe ich versprochen zu viel? Nein, habe ich nicht. Oh, shit. Jawohl. Down. Was sagen wir? Danke. Ihr Freaks. Oh, die hatte was Gutes dabei. Müssen wir mal mal anschauen. Ah, die Folge hat schon wieder megamäßig überlegen. Das tut mir uhrleid, aber es macht einfach so viel Spaß. 30 Minuten. Ja, müssen wir jetzt ausmachen, leider. Eigentlich wollte ich ja noch zum Missionsziel kommen, aber das wird wohl nichts mehr. So viel geile Sachen, wie es hier zu holen gibt. Oh, mein Gott. Das Spiel ist echt derbe geil. Schön. Richtig lecker und nett. So, da hinten wäre unser Missionsziel. Da rennen wir jetzt nochmal hin, in der Hoffnung, dass uns jetzt nicht mehr so viel über den Weg läuft. Und da haben wir wirklich eine Folge noch mit verschwendet, in Anführungszeichen, zu einem Missionsziel zu kommen, wo wir auch mit Schnellreise hätten hingehen können. Aber es macht ja auch Spaß. Das, legendärer Raider, scheiß Dreck. Schnell das Licht aus. So, dann versuchen wir den jetzt so abzumurksen. Das ist so abzumurken. So, dann versuchen wir den jetzt so abzumurken. So, dann kommen wir den jetzt so abzumurken. Den Weg, du blöde Kuh. Wenn die mir genau in den Schuss fällt. Habt ihr das gesehen? Dann muss sie sich auch nicht wundern, wenn sie drauf geht. Den haben wir. Und da ist unser legendärer Freund. Mist, und den machen wir jetzt mal kalt. Hoffentlich. Jawohl. Schöner Treffer. Einmal ordentlich kurbeln. So, da müssen wir jetzt mal runter. Es tut mir leid. Aber die legendären Typen haben anscheinend immer gute Sachen dabei. Jawohl. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Dankeschön. Nehme ich super gerne mit. Geil. Okay. Hinter diesem beschissenen Zaun scheint der Eingang zu sein. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da ran? Oh no. Maulwuchsratte, Maulwuchsratte, Maulwuchsratte. Holy moly. Verpisst euch. Alter, wie geil wir aussehen. Warum auch immer. Sind wir verstrahlt oder so? Keine Ahnung. Verzieh dich jetzt. Tollwütiges Drecksfuhl. Wieso sehen wir so komisch aus? Lederrüstung, rechtes Bein. Aha. Alter, so viele geile Sachen hier. Was hast du dabei? Nix. Danke für nix. Arsch. So, wir scheinen auch wieder normal auszusehen. Ah. Und jetzt ist die Frage, wie wir da rüberkommen. Zu dem Missionsziel. 40. Wir gehen leider immer weiter weg. Fuck. Ist das bitter. Wie kommen wir da jetzt hin? Hier drüber. Risky. Schrotpatrone Molotow. Sehr schön. Ach du Kacke. Geht das hier ab? Irre. Ah, fuck. Kampfgewehr? Das ist aber was anderes als unsere Kampflinte, oder? Ich sehe das gerade verkehrt. Ja, voll. Urgeil. Nehmen wir mit. Danke dafür. So, dann pennen wir mal ne Runde. Und dann versuchen wir es wieder freizunehmen, bis sie uns jetzt kommt. Oh, oh. Komm her. Shit, bleib doch stehen. Komm, noch ein Treffer und dann haben wir ihn. Den halten. Jawohl. Level 18 erreicht. Sehr schön. Hä? Das sieht doch wieder nach der Falle aus. So, hier war der Raider, den wir vorhin umgenietet haben. Danke. Richtig. Und dann gucken wir mal, wie wir da rüber kommen. Zu der Tante. Gar nicht so, wie es aussieht. Es ist ja echt alles nicht Knorkel. Gleich geschafft. Jawohl. Jawohl. Wir haben es endlich geschafft, zum Missionsziel zu kommen. Danke fürs Zusehen. Ein harter Kampf. Echt. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ciao. 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 Vielen Dank.